Herzlich Willkommen bei BlueFusion TV. Mein Name ist Markus Hövener und heute haben wir die erste Ausgabe von BlueFusion TV im Jahr 2011. Es ist auch die erste Ausgabe in einem ganz neuen Format und ich hoffe, dass wir Ihnen in diesem Jahr viele interessante Beiträge rund um SEO und SM liefern können. Heute geht es um das Thema Linktausch. Führt Linktausch zur Abstrafung? Darf ich überhaupt Links tauschen? Wie falle ich dabei nicht auf? Da gibt es viele Unsicherheiten und ich habe mal versucht, das Wichtigste auf wenigen Folien zusammenzufassen. Erstmal grundsätzlich, was ist Linktausch? Es gibt zwei Arten von Linktausch. Das häufigste ist der direkte Linktausch, das heißt Website A verlinkt auf Website B und Website B verlinkt zurück auf Website A. Das müssen nicht unbedingt die gleichen Seiten sein, aber es müssen halt die gleichen Websites sein. Algorithmisch ist das alles für Google sehr leicht zu erkennen. Google hat alle Linkdaten aller Websites und insofern Website A und B im Google Index vertreten sind, was sie in der Regel sein sollten, kann Google das natürlich auch sehr leicht erkennen. Was sagt Google dazu zum Thema Linktausch? Früher hat Google gesagt, dass Linktausch, Neudeutsche Reciprocal Linking, dass man das vermeiden sollte, dass es zur Abstrafung führen kann. Mittlerweile sagt Google, weil Linktausch normal ist, sollte man nur exzessiven Linktausch vermeiden. Linktausch ist deswegen normal, weil man sich immer mit Partnern verlinkt oder es gibt ein Branchenportal, was auf ein Unternehmen verlinkt und das Unternehmen verlinkt aber an anderer Stelle vielleicht auf das Branchenportal zurück. All das ist natürlich normal und passiert auch tagtäglich und deswegen darf man Links tauschen, dann sollte man es eben noch nicht exzessiv machen. Google hat sich leider nicht dazu geäußert, wo diese Grenze ist. Also was meint jetzt wirklich exzessiv? Meint das eine hohe Gesamtanzahl an getauschten Links? Meint das einen hohen Anteil an meinen Links? Wir persönlich glauben, Linktausch ist natürlich immer eine Frage der Relation. Wenn man sich das mal aufmalt, ich habe mal zwei Kreise gemacht. Das eine ist die Menge der eingehenden Links meiner Website und das andere ist die Menge der ausgehenden Links. Und dann habe ich eben eine klare Schnittmenge. Das sind die getauschten Links, die direkten getauschten Links. Und hier ist es eben die Frage, wie groß ist diese Schnittmenge? Und da geht es eben nicht um die absolute Größe, sondern um die relative Größe. Also wie groß ist dieser Anteil der Schnittmenge an den beiden anderen Mengen? Eine Lösung, um dabei Google nicht aufzufallen, erscheint fast schon banal, aber ist einfach diese Schnittmenge zu verkleinern. Das heißt, ich kann natürlich relativ leicht die Menge meiner ausgehenden Links vergrößern, indem ich einfach noch ein paar Links-Sektionen einbaue oder dass ich insgesamt dafür sorge, dass ich immer, wenn ich rauslinken kann, auf einer Website, dass ich auch rauslinke. Die andere Lösung ist natürlich nicht ganz so einfach, mehr eingehende Links besorgen, aber was immer ich in diesen beiden Richtungen mache, ich sorge eben dafür, dass die Schnittmenge kleiner wird und das Ganze eben folgerichtig unauffälliger wird für Google. Auch häufig anzufinden, aus Angst vor Konsequenzen beim direkten Linktausch ist der indirekte Linktausch. Das heißt, Website A verlinkt auf Website B und eine andere Website C verlinkt dann wieder zurück auf A. Das ist viel schwerer algorithmisch zu erkennen. Es ist grundsätzlich nicht unmöglich. Das heißt, Google hat genug Rechenpower, um irgendwann ganz bestimmte Link-Schemata natürlich zu erkennen. Aber es ist, wie gesagt, es ist grundsätzlich natürlich viel schwerer, das hinzubekommen. Wenn man das schon macht, sollte man es richtig machen. Das heißt, man sollte es Google nicht so leicht machen, das auch zu erkennen. Und dann sollte man dafür sorgen, dass es zwischen diesen beiden Websites B und C, die man nutzt für den Linktausch, keine Verbindung gibt. Das heißt, man nutzt eine unterschiedliche IP-Adresse, man hat einen unterschiedlichen Whois-Eintrag, sodass auch schon mal Freunde herhalten müssen, vielleicht für so einen Portal. Und diese Websites sollten untereinander nicht verlinkt sein. Bei uns heißt so eine Website Vehicle. Also eine Vehicle ist eine Website, die ich für einen Linktausch nutzen kann. Dabei ist natürlich zu beachten, sie muss optisch und inhaltlich attraktiv sein für potenzielle Linkpartner. Und sie sollte auch über nicht getauschte Links verfügen, um eben auch nicht auffällig zu wirken. Grundsätzlich ist es natürlich wichtig, dass dieses Vehikel, das ich nutze, auch hinreichend viele Links hat. Viele Leute werden wahrscheinlich auch auf den PageRank dieser Seite gucken und zu beurteilen, ist es für mich überhaupt relevant, von dort aus verlinkt zu sein. Auch von daher sollte ich natürlich da ein paar Verlinkungen drauf haben, dass diese Website eben attraktiv ist für einen potenziellen Linkpartner. Relativ offen ist die Frage, was passiert eigentlich im Falle des Falles. Also Google hat mich ertappt. Ich habe hunderttausendfach Links getauscht. Was passiert dann? Es gibt natürlich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass ich komplett abgestraft werde. Die andere Möglichkeit ist, dass die Links, die ich getauscht habe, einfach nur abgewertet werden. Im Moment tendiert Google meiner Meinung nach eher zur Lösung A. Aber in Zukunft könnte das natürlich auch ganz anders funktionieren. Mir persönlich sind allerdings relativ wenig Fälle bekannt, wo wirklich abgestraft wird, sodass es, wenn man sich an die vorhergehenden Tipps hält, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass ich damit auch wirklich auffalle. Mein persönliches Fazit. Erstens, Linktausch ist nicht schlimm. Es ist ganz normal, dass man Links tauscht. Wir kriegen relativ häufig Linkanfragen von anderen Webmastern, die da sehr starke Meinungen zu haben und geradezu eine panische Angst haben, überhaupt nur einen Link zu tauschen. Wie gesagt, es ist immer alles eine Frage der Relation. Machen Sie es nur nicht exzessiv. Übertreiben Sie es einfach nicht. Das Ergebnis, wenn Sie denn damit auffallen, muss nicht unbedingt eine Abstrafung sein. Es kann, wie gesagt, auch so sein, dass Ihnen die getauschten Links nur aberkannt werden. Das ist natürlich auch nicht wirklich gut, aber von den beiden Möglichkeiten ist es sicherlich die etwas bessere. Und wenn Sie natürlich langfristig Links tauschen möchten, denken Sie auch über ein Vehikel nach, um unauffälligen indirekten Linktausch machen zu können. Das war's für heute. Wie gesagt, mein Name ist Markus Höfner. Meine Kontaktdaten finden Sie hier, wenn Sie mit mir noch diskutieren wollen. Ansonsten freue ich mich, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.